ja ich kann auch nicht verkaufen ein gut zwei und dann noch Leverkauf Marschall Liga das klingt nach dem Plan heute ist ein besonderer Tag welcher ist denn heute ihr seid heute seit 850 Tagen zusammen das sag ich doch nicht nein nein das darf nicht so mag es Kinder nicht nein nein das glaube ich nicht ja ich wollte sagen wie man denn so wurde noch in meinen Leuten die Nini Ich glaube sofort wieder. Ja, saft. Da suche ich einmal eine öffentliche Lobby, was kriege ich eine Einzellobby? So, bin wieder da. So, dann gehen wir mal wieder auf die große Reise, ein Lobby zu finden, wo wir alle vier draufkennen. Ja, toll, da kommt der Iki wieder rein. Nee, das ist eine öffentliche Lobby, ich bin alleine drin. Gut, hier wird wieder niemand rein. Wie komme ich jetzt am besten zu meiner Arena-Werkstatt? Scheiße. Was willst du denn da? Ich habe zwei Stück damit mit der Lobby. Was? Hä? Hat jemand schon da auf eine Lobby? Nö, du musst erst mal wieder eine suchen, du weißt doch, wie lange das manchmal dauert. Ja. Ich dachte, ihr seid schon fertig hier, ja. Ich habe zwar eine, aber da bin ich rein. Die bin ich doch nicht. So. online neue sitzungen finden ob man das auf dem klo auch sagen kann nur der sitzung finden es ist ein bisschen und es druck in dem motto gestorben alt ja was druck in dem motto ach so man lässt er jetzt schreibt mir ich bin meine base nicht jeder von trippi werben für ihren 28 das wird auch nichts ja toll ich habe in der lobby ja wie die motorrad der ist davon wenigen sekunden bei über 1500 metern ich weiß nicht wie das macht er will wahrscheinlich über die ganze web oder was ja da ist jetzt schon wieder jetzt über zwei heute die organisation davon ab du siehst das ja du bist auf der gleichen lobby 1977 meter geschafft mit einem jahr bei ende das event ist schon länger oder ja aber das zählt doch nur ein stück oder nicht eigentlich schon ja sobald wieder absetzt ist vorbei genau das ist aber das wäre der und keine ahnung wie das gemacht hat also wir sind fast das auto gerannt sucht man die bande lobby wo wir alle reinpassen die hat keine ahnung ich stehe wegen der wind noch weil wir haben wir lobby aber 28 kann ich mal markieren in den markierungen weil ich immer dominant ich kann ja mal versuchen bei euch rein zu tun er hat sich die welt ist gerade vorbei wir können gleich sehen ich will darüber ja jetzt wird mir wieder keine nummern angeprägt aber ich glaube ja wie dem nächsten event ja diesmal ich würde den typen wir gerne jagen ja ich will den ja umbringen ich habe es mit dem wagen auch nicht die ganze weder weil mein controller gerade übel schmackt ja ja hier kommt man macht besser und er hat eingekillt 21 sind bei uns drin ich bin auch drin müssen noch ich bin jetzt können von seinem ich bin es auch gelande bei euch die stadt bei der serie und so dass es ernsthaft in die klinik schicksal ich dachte jetzt er will dass wir ich hab mir vorwärts ich war es mit einer anderen gesteckt zu sein hier CEO so eine an alle an alle so alle 4 den will ich eigentlich jetzt als erstes anfang zu jagen in robertino ja das ist der kleine täter so dann ich sehe nur gerade nicht dass das problem ich habe wieder neue aufnahme gestartet hier ist ja da unten wo ist der flughafen ich komme zum flughafen des hafens der flughafen ist es doch ich habe recht steht im hangar irgendwo ok ich bin auf dem weg auf mit gebrüllen also ja südwesten und ziemlich ja und dann werde ich direkt getötet von so einem wixer auch da kann man auch den jagen dann jagen wir früh walter kein problem das war mal den einen ruhr wirst du haben sie diesen stern beim casino bin ich wollte gerade starten ja dann gehen wir ab zum casino dann holen wir uns zu typen wo ist dann für walter wie weiter so weiter würde ich weiß nicht wo er jetzt in die wand ist da der ist ja 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 da ist die markierung ist die europäische die europäische nur hat sich mit dem verabschieden an der leite wenn man kann auch noch mal genommen ach die grüder und nach dritten voll ach da kommt schon einer von euch wie ihr beide also ein gesetz im rekordlich ernsthaft mit wie schnell ist der mit zwei schüssen hat er uns beide weg okay mein freund das war jetzt einer zu viel vor allem wo ich jetzt vorne alter drei kilometer weit weg weiß ich würde jetzt gerade hin ist der riko kannst du mal die kostet zu spiel stechen das ist so wie ein bisschen sehr nervig gerade wenn ihr den lobby ding machen willst naja es hat das letzte mal nicht so wirklich funktioniert ist ein schöner weg ist kein danke für die worte ist der welt weiter in der allerdings drin in der in der dienst in der siedlung da das ist der punkt der rechts so einer ja den anhält ist dann tötet er sich selbst hatte ich wird doch ich gucke mir mal seine cadea an wenn die über zwei ist dann die deckung weg wie süß macht eine kleine sushi rolle mein freund das ist ein kleiner spinner das ist es nicht das ist wie gesagt da wahrscheinlich nächste kleine oder mein heli an ich habe mal getötet wenn man war aller gebunden oder der ist dahinten nach leck mich doch er kommt ich habe kopf ich habe wahrscheinlich weiß nicht zu weit weg war von aber es war trotzdem nur wieder in der in der wilden der immer weiter weg das recht von dem ist mein auto fährt sogar noch der muss auch irgendwo da er aber gesagt wenn man schon auf dich zu er kommt auf dich zu ja ja ich will schon ich sehe schon das hinter der weg ist ja so ein heckenpenner kommen ja ja wie süß das ja nicht wirklich klappen freund jetzt hätte ich die hecke geglitscht bist du im heli ja wird er hat das spiel verlassen oder mehr er hat er nicht warte ich krieg dich mal zu einem heli der fack wo ist der denn gespawnt der leckt mich doch wo ist er denn gespawnt hinten bei human lab da hat er bestimmt seinen spornpunkt geändert nähe mein mein heli meine ach so wo viel wort er wusste er die mit dem pausen wer in der karte auch hier neust du skiff das so kann ich mir hier dafür wurde und da wir haben sich in den leckten im pausen nicht das ist irgendwie so ein klick wenn du stirbst kannst du dich auf menü versetzen und dann brauchst du so lange nicht bis das potten die verletzt als ich geduld habe war nämlich pause ich kann hier ich könnte jetzt hier in den tauchmodus wechseln der flip war so geplant ist kommen das weg landet auf dem schritt schlatschen hallo kürzeln weil er ist gar nicht mehr gelaufen ich glaube ich guck mal ob der robertinio noch beim flughaufen ist ich habe tatsächlich das ja viel weiteres der flug auf es kann ja doch der ersten chat der sogar ein team kollegen der jetzt gerade jemanden tötet robertin oder was ja ja der fährt gerade der flieger hat mir an vom frachthafen auf der der heißt einer hat dich geholt hat das spiel verlassen ja der hat schon weg die kuppel von viel weiter der ist im jet der weiter und dann wird auch ein k2 ja die der jahr einfach die ding Junge, die Scheiß-MK2, was nichts kann! Zwei Raketen und ich bin weg, alter. Kotz mein Gott. Die sollen dieses Drecksbike da rausnehmen, alter. Der Wicker, der nicht getötetet hat, man nicht kann. So, ein Lügen, alles gut. Oh ja, weggeben. Das bringt nichts. Hä? Das bringt nichts. Was? Den Raketenwerfer gegen Notfall. Ich kann ausweichen. Ich kann ausweichen. Loll. Äh, Loll. Was denn? Ah, okay. Funktioniert noch. Ich dachte, mein Auto wird zerstört, weil es gebrannt hat, aber... Nö. Guckt er jetzt vor dem Hangar. Was ist er denn für? Wege, alter Loser. Okay, der ist irgendwo ein Scheiß-Auto, alter. Stimmt, das war auch noch nicht. Die jetzt alle wieder beim Flughafen, oder was? Ah! Die vier gehören jetzt zusammen! Ja, lol. Na, genug. Wer gehört zusammen? Der Grüne, der mich und ein Baby getötet hat, gehört jetzt nur zu den Hunden. Die fliegen da gerade auf die Luft. Mit nem Buzzard! Ja, alles. Ich hör mir jetzt, ich hör mir jetzt die Hydra. Scheißegal. Warum hab ich Sterne? Weil ich in ein Auto einsteige. Macht sehr viel Sinn, Boxster. Ja gut, weil du ein Auto klaust, ne? Ich hab's nicht geklaut, ich hab das schon personalisiert. Klaut hab ich zum Parkhaus. Ja gut, aber wenn du, wenn du, wenn du ein Parkhaus klaus und damit trotzdem mal Polizei vorbei fährst. Ich hab den auf seinen MK2. Nein, ich bin ja ausgestiegen. Da hab ich noch nicht mal Sterne gehabt. Habt ihr gehört? Ja, ich hab's gesagt. Danke. Bis mehr an, Mann. Er nächste. Er konnte mich nicht töten, aber ich ihn. Ha! Was ist denn so ein Scheiß-Heli hin? Findet ihr dich hier noch in die Gegend? Ach, die sind schon hochgeflogen wieder, oder? Ich kann doch die Akula nehmen, aber die ist zu hart rum. Uuuuh. Ach, das Kev. Ja, das bin ich. Ich suche gerade eigentlich die Hansel Star. Bei der Markierung ist der Max Deck Game. Wie heißt es auch noch wieder heißt? Max Game, ich glaube, hinten steht noch einer von uns. Wenn du noch mal kurz zum... Ich glaube, das ist... Hey, wir haben einen Flieger, genau. Ich hab das ist in Rico, dann ist das okay. Was? Ich konnte es gekonnt. Inrikel, ich verständnis. Naja, die ist geklickt, was ihr bekommen. Crazy 5 YouTube möchte nochmal erwähnen, dass sie nichts mit Glitschern und Modern zu tun hat. Zu tun haben wollen. Weil, weil Enrico gerade sagte, die ist geglitscht. wir suchen hier wird noch wieder ein viertes mitglied abgelehnt erstmal auf den werbung machen vielleicht als markierung soll ich fahren ja gerade könnten die sein das ist auch so eine beschreibung wie wirst du dir wenn ich sage ja ich weiß es ist ein penitblatt da sind sie okay ich vor allem ja